Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, ich habe einen vollen Schuss, aber wir fahren jetzt mit dem Einrad durch die Autobascheanlage. Also da durch geht es jetzt. Ich schleiche mich an. Das sieht jetzt vielleicht einfach aus, aber wisst ihr, wie rutschig immer der Beckenrand vom Pool ist? Genauso hat sich das angefühlt. Und mein Papa hilft natürlich, indem er noch mehr Wasser hinmacht. Aber ich habe es geschafft, beim ersten Versuch sogar, ich bin so stolz auf mich. Ich meine, wie oft kann man denn sagen, ich bin mit dem Einrad durch eine Autobascheanlage gefahren? Jetzt lacht er mich aus. Wenn ihr das komplette Video sehen wollt und sehen wollt, wie es richtig eskaliert, dann schaut auf meinem YouTube-Accounted Screen-Tourer vorbei.